Hey Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video Wir spielen wieder Rainbow Six Wieder mit dabei ist der Iceman und der Sutrex Kann ich sein Und ja, wir sind jetzt gelitten im Game Ich bin Recruit Ja, der hat gefailt Oh nein Da hat er gefailt, das hat er gemacht Und kaputt Abgespeichert Ja Acht Stunden lang Weil drei Stunden davon Abends Ich hab ja ein Mini-LMG dabei Lass mal rein dann Okay Die Wurzel hast du hier auch gemacht Wollen wir hier nicht rein? Nö, ich wollte hier nur ein bisschen Verwirrung schicken Dann machen wir doch die Verwirrung perfekt Und gehen da rein, oder? Hey, gehen wir nicht Ja Du hast bin spottet Ja Wurde gespottet, von wo? Oh fuck Outside Ja Da wo du aufgemacht hattest Was ist denn? Das ist ein... Ha Lenni, wie war das mit dem... Der piekende wird nicht getroffen Ja, dann gehe ich rein und dann kommt er Aber Vorher passiert gar nichts und dann... Hey, gut Hey, was kannst du denn? Wer? Random Die Markierung war godlike Die Markierung war godlike Was macht er denn jetzt? Grillen, grillen, Kasten killen Einer ist rechts im Raum Da Genau da ist einer Wann ist right side? Der mach warlike aus Ne, da wurde ich auch getötet von da Jetzt kommt er rechts und geht ihm jetzt schon Wahrscheinlich Ah ja Ich hab ja noch meinen Allchat Klebe Oh Gott Der ist doch grad dann nach rechts gelogen Ja ja Joa Was war das? Ich hab grad einen Nate reingeworfen Ich tippe eher weniger Dass da sein Nate drin hockt Ja eben Locker kommt der andere Nate jetzt von oben oder sowas Keine Ahnung Achso andere Er muss jetzt was machen Wow Und wurde dafür gepunischt Ja 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 im Scheiß Calls Äh Weil du kannst fahren richtig Oh Diving, Junge Das war ein richtig schöner Seemannskörper Ella 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 Oh nein Oh nein Das muss ich irgendwie immer machen Ich find das lustig Eher so Oh man Denk ich mir auch Deswegen ist das lustig, wa? Ja Barrikadieren wir dann mal den Raum We need to protect the Bioware 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 We need to protect When can you see if the groundts будут Ruks 1 2 k Ludotle 5 ój 3 4 Weis Ich verbarrikadiere die Tür! Oh, die haben Togepi. Oh man. So. Wo? Wo? Na. Ist unten, oder? Ja. Oder über mir. Über mir. Oh, da ist Fenster. Die haben bestimmt Fuse, oder? Fenster gewesen. So. What the fuck is this? Naja, oben. Das scheiß Rundfenster ist Fuse. Und hat kein Leben. Danke. Ah, ich habe ein Gleis... Haben wir uns gegenseitig ausge... Hab ich ihn getötet? Ja. Ich habe getötet. Nämlich. Will ich. Oh mein Gott, Junge. Ich habe den neben den Scheiß-Därmer gerade nicht gesehen. In seinem scheiß weißen Verstüben. Der melden läuft einfach. Wow. Ja, der kennt die Fischdecker auf dem Map. Ja, ja. 300 fast. Er ist schlafen gegangen, Alter. Zu viel Alkohol getrunken. Ja, Mann. Spray and pray, so. Spray and pray, ne? Das Team der Welt. Funktioniert ja auch immer. Wieder. Ja, bei dir. Richtig. Ich dabei immer nur auf die Fresse. Auf geht's, ab geht's, drei Tage Leim. Ja, bei dir. Ja, bei dir. Ja, ich hätte gerne länger geschlafen. Ja. Bei mir ist nur die über mir haben den Press- haben Pressauftahren benutzt, ne? Ja, auf dem Freitag um 8 Uhr würde ich das auch tun. Ja, richtig geil. Ich gehe davon aus, dass die Leute arbeiten sind. Ja, die machen eine Kernsanierung da oben. Ja, dann ist das ja völlig legitim. Ja. Echt? Bei Nachbarn. Ja. Dann komm ich den hier irgendwo mal hoch. So hoch, so müsste es laufen. Nein. Ist wohl leer. Ja. Ich hoch, runter. Alles dasselbe. Ja, vorbei. Die haben wieder den netten Herrn, der sich unsichtbar machen kann, vor Drohnen. Das ist eine der uselessen Fähigkeiten, die es gibt. Okay. Versteckte Wand. Heikei, letztes Mal bist du gestorben in der Tür, wo ich gerade stand. Ja, richtig. Wir haben Alibi. Alibi liegt direkt vor deiner Nase. Link, äh, ja links. Steppe hoch. Gut. Alles cool. Danke. Da ist noch einer, glaube ich. Da ist er unten im Raum oder der hat eine Treppe getötet? Äh, unten. Okay, dann ist noch jemand an der Treppe. Ah, einer runter, runter getroffen. Entschuldigung, leider habe ich nicht gesehen. Alles Tudio, alles will. Ich will gleich schnell nochmal rein. Komm rein. Ach, scheiße. In der Küche. Ist, äh, Lysion, dieser Schneese halt. Oder Lysion, keine Ahnung wie der heißt. Da kann man nicht durchschießen. Überall, aber da nicht. Nee. Die Sicherung des Raumes ist einstellt. Die Sicherung des Raumes ist einstellt. Fuck. Sorry. Hauptsache nicht letzter. Oh. Shit. Gute Frage. Matt. Steht. Stand. Stand. Wow. Wurf. 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 Wir brauchen länger die Karim in die Spiel zu starten, bis sie das nächste Game starten. Was? Ja, hier. So unnötig. Und noch schnell die Walls setzen gehen. Stand. Verstärken kommt mir relativ. So. Die Werft wird spottet. Eine Drohne hab ich weg. Zehn Sekunden. Bode Drohne ist weg. Die Drohne der Gegner hat den Videogefahrgutbehälter lokalisiert. So. Und Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Oder abonniert mich kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt mir doch einmal in die Kommentare, welche Spiele ihr noch habt. wenn ihr ihn auch sehen möchtet Sound of Strike Zum Beispiel Rainbow 16 Rocket Leech Leech You know Leech Ja, ich weiß, deswegen sag ich es ja Weil du und deine Englisch kennst It's the best corrected English Rocket Leech Yes, my English is very good Not Not Ein Gegner verbleibt Ich hab nicht mal einen Gegner gesehen Kann ich mir auch mal einen übrig lassen Rush the corridor nieder Wo ist der Mongo? Wo ist der Mongo? Der Kek haut noch draußen Junge Ja Ach, schade Ich wollte gerade pushen Er ist fast tot Er hat so einen, also ein Quarter hat er noch Loll 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 Er hat aber noch ein bisschen ausgehalten Du hast nur daneben geschossen Bäh Doch Ulle Lotte 32 Tick lassen grüßen 32 Tick nur? Überhaupt nicht die Cent scheiße Er hat KM's PC mal locker platt gemacht Und KM hat einen deutlich Neuerring gehabt tatsächlich Ja, aber meine CPU Scheiße, ne? Naja, ne? 1600, der ist jetzt nicht unbedingt schlecht Ja, meiner ist aber schlecht Ich kann meinen nicht übertacken Also nicht wirklich 100 Megahertz kann ich mitmachen Ja, um 100 Megahertz Alles Alles, alles, alles Alles andere läuft Läuft instabil Doch Aber alles andere läuft instabil Das schaut's einmal ab Äh, ja Hast du eigentlich noch was angespandert Außer die Außer die CPU? Ja Hast du was angespandert Außer die Spannung und die Voltage? Hast du das LLC eingestellt? Ja, hab ich alles Ich hab das alles nach Anleitung gemacht Äh, von Äh, von Bauer Du hast da ein CPU von Bauer? Nein Jetzt Nach der Anleitung von Bauer Nach der Anleitung, die er hochlegt Oh ne, weil ich hab mein PC Äh, mein Ich weiß Fix ist da her Ach komm, leck mich doch am schwarzen Sind die? Da, da wo ich rein wollte Keine Ahnung wie das heißt Rechts Ich bin auf dem Zuckerli Wo ist denn hier das komische Fenster? Was für ein Fenster? Hier Drohne gestartet Na, bei der Mate unten Ah ja Du hättest dann sterben müssen Für das, was du da gemacht hast Hätte Aktisch lustig Du hast ne Jeep hingehennt hier oben Weiß ich nicht War da oben Was? Oh leide Hahaha Junge Es ist spiel schlecht Halt zum Top Ohh, Gott Bring runter mein Freund Level 151 Hat was Ich könnte noch kein einziges Game online gewonnen haben 0,0 Ranked Win & Loss Aber 0,5 Death Aber 0,0 Ranked Win & Loss Wow Wir müssen uns verlieren, wenn wir so einen haben 0,0 Ranked Win & Loss Er hat den getötet 0,0 Ranked Win & Loss Der nicht Ah ist der Kacke Er ist Katjes Kerk Katja, Alter Muss ihn auch zurückhalten, man konnte mal wieder nicht durch das Ding durchschießen Recht nicht? Nein, er hat kein Damage gemacht bei dem, sonst hätte er getötet, er war auch genau Ja Ja dann G Motherfucking G Auf jeden Fall Leute, danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns War scheiße, ne? Ja war scheiße und wir hören uns beim Karim suck, ne? Ich suck immer Hauptsache nicht letzter Ach komm, leck mich Hauptsache mehr als ein Kill Ja Okay, auf jeden Fall Leute Ja Auf jeden Fall Danke Hauptsache 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 ihr haltet jetzt beide mal die Schnauze Hauptsache du machst jetzt mal die Endcard Ja So Hauptsache haut die rein Ciao Alles klar haut rein Leute Ciao Ciao Dazu Vielen Dank.